Herzlich Willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Sind unsere Gedanken wirklich frei? Sind wir in der Lage, frei zu denken? Und tun wir das auch wirklich? Die meisten Menschen würden sagen, ja natürlich habe ich einen offenen Geist, bin frei, mir andere Meinungen anzuhören, auch mal quer zu denken und auch mal ganz, ganz andere Gedanken zuzulassen, persönlichen Perspektiven zu respektieren und vor allen Dingen nehme ich natürlich dauernd wieder neue Informationen auf. Aber stimmt das wirklich? Sind wir wirklich so offen, so open-minded, wie wir immer denken? Gerade jetzt in der heutigen Zeit, finde ich, ist es nicht ganz unwichtig, sich mal ein paar Gedanken zu machen, wie frei die eigenen Gedanken sind und wie viele Denkmuster, wie viele innere Denkmuster wir haben, die eigentlich schon bestimmte Gedanken blockieren und die uns dadurch auch all der Möglichkeiten berauben, die wir vielleicht hätten, wenn wir andere Gedanken denken würden. Eine, ich finde, total spannende Frage, denn wenn wir mal loslassen würden von alten Gedanken, Gebäuden, die wir so machen und einfach unhinterfragt auch bei uns ja abgespeichert haben, dann könnten wir ja plötzlich ganz andere Dinge auch sehen, denn wer andere Gedanken zulässt, hat auch die Möglichkeit, im Äußeren andere Dinge wahrzunehmen, denn unsere Gedanken bestimmen ja unsere Wahrnehmung. Wie das funktioniert, darauf gehe ich in diesem Podcast ein bisschen näher ein. Welche Möglichkeiten, welche Strategien gibt es eigentlich, um sich selbst noch mal auf die Stiche zu kommen, ob wir wirklich so open-minded, so offen sind und auch wirklich die Denker unserer Gedanken sind und vor allen Dingen auch mal gefahrlos neue Gedanken zulassen können. Oft sind wir ja auch viel zu ängstlich, oh, das zu denken, das könnte uns jetzt ganz, ganz furchtbar in Bedrängnis bringen. Dabei konnte die Gehirnforschung in neuen Studien ja nun eindeutig zeigen, dass Gedanken, neue Gedanken unsere Realität formen. Das, was wir denken, bekommen wir auch, sowohl im positivsten als auch im negativen Sinne. Also beispielsweise gab es eine Studie in einem Kaufhaus, wo neue Verkäufer angelandet wurden, denen gesagt wurde, welche Kunden jetzt gerade die besten sind, auf die sie besonders achten sollten. Und das Auswahlkriterium war ganz einfach. Alle Menschen, die etwas Rotes hatten, also irgendwas Rotes anhatten, also sei es auch nur einen roten Fleck auf der Krawatte. Also den Menschen, den neuen Verkäufern wurde gesagt, dass diese Menschen die besonders wichtigen Kunden seien. Und das Ergebnis war, nach vier bis sechs Wochen, waren das die besten Kunden. Das heißt, die Erwartung, die Herangehensweise, unsere eigene Herangehensweise formt das Ergebnis am Ende des Tages. Ein anderes Beispiel war, da wurde ein neues Verkaufsteam aufgebaut und es wurden aus anderen Filialen ja weggelobte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in diese neue Filiale sozusagen strafversetzt, kann man fast sagen. Aber dem entsprechenden Leitenden wurde gesagt, dass sie die besten Verkäufer aus allen anderen Filialen bekommen hatten. Und ihr könnt es kaum glauben, diese Verkäuferinnen und Verkäufer wurden die besten. Weil also die Erwartungshaltung, die Herangehensweise, der Self-Fulfilling-Aspekt, wenn man es mal ganz klar sagt oder man nennt es auch Pygmalion im Effekt, der sagt einfach, dass unsere Erwartung, unsere Gedanken, das, was wir denken, dann am Ende des Tages auch die Realität formen. Und wichtig ist es natürlich auch immer wieder neue Dinge zu denken. Also wirklich auch neue Informationen aufzunehmen. Und natürlich sagen jetzt alle, ja, das ist der Fall. Natürlich nehmen wir alle neue Informationen auf. Aber ist das denn wirklich der Fall? Denn es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel, das sagt eine andere Studie, dass Alzheimer-Patienten, also über 90 Prozent der Alzheimer-Patienten in den letzten zehn Jahren nichts Neues gedacht hatten. Auch das ist natürlich schwierig, weil da auch durchaus Managerinnen und Manager dabei waren. Und es zeigte sich, dass natürlich man immer so denkt, das sind alles neue Informationen, aber irgendwie ist es ein Einheitsbrei mit vielleicht einem Aspekt hier anders und einem anderen Aspekt dort anders. Also man kann sich das vorstellen wie bei einem Lieblingsgericht, was man hat, entweder Spaghetti Bolognese oder meinetwegen Kartoffeln, also diese mit Zwiebeln und Speck. Also mal sind es mehr, ein bisschen mehr Kartoffeln, mal ein bisschen mehr Speck, mal ist es vielleicht ein bisschen mehr Nudeln, mal ein bisschen mehr andere Soße. Aber am Ende des Tages ist es das Gleiche. Also das heißt, man darf sich schon fragen, denkt man wirklich anders? Denkt man wirklich anders und neu und nimmt man wirklich mal andere Perspektiven auf und andere Meinungen auf. Und es gibt ein wunderbares Modell, das habe ich von Vera von Birkenbiel über ein Buch, was es inzwischen jetzt auch wieder gibt. Und zwar ist das das Buch von Milton Rokic, The Open and Closed Mind. Und er hat ein Modell, wo er vier verschiedene Arten von Menschen und Meinungen zusammenfasst und sagt, dass jeder wirklich offen ist und open-minded ist, der eben mit allen Situationen, mit allen verschiedenen vier Typen auch wirklich umgehen kann und da auch wirklich offen mit umgeht. Während die Typen, die nur eins und zwei sozusagen befürworten beziehungsweise damit umgehen können, eigentlich eher einen geschlossenen Mind, einen Closed Mind hätten und eben wirklich keine neuen Informationen eigentlich wahrnehmen. Und ich würde kurz die vier Typen mal skizzieren. Also Raukic sagt, dass es vier Möglichkeiten gibt, mit Menschen in Situationen zu kommunizieren. Und wie gesagt, der geschlossene Mind kann nur Möglichkeit 1 und 2. Die erste Möglichkeit wäre, dass Sie es mit jemandem zu tun haben, wo Sie die Person okay finden und auch das, was er oder sie sagt, also die Botschaft okay finden. Und Sie können natürlich sich damit identifizieren, und das leuchtet jedem ein. Also die Person ist okay, die Meinung ist okay und Sie finden das positiv und können damit logischerweise auch entsprechend umgehen. Dann gibt es den anderen Fall, wo die Person nicht okay ist und auch die Botschaft nicht okay ist. Also wo Sie sich weder mit der Person identifizieren können, noch mit der Botschaft und logischerweise normalerweise eine ablehnende Haltung einnehmen beziehungsweise auch hier eine ganz klare Haltung haben, nämlich die eines geschlossenen Geistes. Das ist nicht okay, da kann ich mich nicht identifizieren und damit ist die Person beziehungsweise die Meinung beides für mich tabu. Also da kennt man ja auch Situationen vielleicht, dass man Menschen hat, teilweise auch schon im Bekanntenkreis, teilweise auch im Freundeskreis, der oder sie dann einmal plötzlich eine Meinung vertreten hat, die man so gar nicht akzeptieren kann. So ganz plötzlich aus heiterem Himmel eine Meinung, wo man sagt, wie, habe ich mich jetzt total in dieser Person getäuscht oder was ist da plötzlich in die Person gefahren? Man koppelt oft und ganz viel, oder jeder kann sich ja einmal noch mal ein bisschen reflektieren, also dass man Person und Botschaft oft miteinander koppelt und in der Regel miteinander koppelt. Das heißt, wenn eine Person jetzt plötzlich so eine Meinung vertritt, die man überhaupt nicht akzeptieren kann, ist auch die Person tabu. Es gibt ganz viele und vielleicht kennt das jeder auch im eigenen Bekanntenkreis, dass man dann auch Freundschaften abbricht oder dass man nicht mehr ab dann mit der Person überhaupt spricht. Also insofern diese Kopplung zwischen Botschaft und Person ist sozusagen fest verankert, gehört auch irgendwie zu unserem Denkmuster, was wir gerne hinterfragen dürfen. Hat das mit der Person zu tun oder eher mit der Meinung oder ist das eine Meinung, die man vielleicht diskutieren kann oder auch respektieren kann, wenn sie jetzt nicht total konträr dem eigenen Wertesystem agiert? Also ich lade gerne alle noch mal ein, sich diese Muster für sich selber noch mal klar zu machen, einfach mal auch diese vier Typen noch mal anzugucken. Also wie gesagt, die ersten beiden, die eben auch ein geschlossener Geist nach Raukitsch handeln kann, ist eben, wenn Person und Botschaft positiv ist oder wenn Person und Botschaft beides negativ ist. Und dann gibt es natürlich die Mischformen. Also Person ist okay, Meinung irgendwie nicht und Person ist überhaupt nicht okay und Meinung aber total gut. Also die Person ist mir unsympathisch, aber was dieser so erzählt, das kann ich so gerade akzeptieren. Und wie gesagt, ein offener Geist, ein offener Mind, Open Mind kann eben mit allen vier Einstellungen mit Personen entsprechend umgehen. Das heißt, er kann Perspektiven respektieren, er kann auch davon abstrahieren, wenn jemand einem total unsympathisch ist, aber eben doch eine sehr interessante und durchaus spannende Meinung oder Information weitergibt und umgekehrt. Also auf dieser ganzen Klaviatur zu spielen, darum geht es. Und ich lade Sie alle gerne herzlich noch mal ein, sich diese vier verschiedenen Situationen, diese vier Denkmuster noch mal oder personengekoppelten Denkmuster, nenne ich sie mal, sich wirklich mal im inneren Auge zu vergegenwärtigen und einfach in der Zukunft mal drauf zu achten. Wo koppel ich welche Botschaft mit welchen Menschen? Wie offen bin ich eigentlich für neue Meinungen, für andere Meinungen? Höre ich sie mir überhaupt an? Wenn sie von einer sympathischen Person kommen, wenn sie von einer höher gestellten Person kommen, hört man sie sich im Zweifel an. Auch das ist ein interessanter Aspekt, den man sich noch mal hinterfragen darf und wo man dann auch, wenn solche Botschaften Gehör finden sollen, sie vielleicht ja auch in Menschenohren oder Mündern legt, die dann eben entsprechend eher gehört werden. Oder ist es eher so, dass mir, wie gesagt, die Person im Zweifel unsympathisch ist, aber ich dann doch auf die Meinung höre oder einfach nur, weil diese Person sympathisch ist, höre ich auf die Meinung. Oder wie gesagt, es ist sowieso so synchron, dass ich entweder in eine total ablehnende Haltung gehen kann, weil Person und Botschaft nicht okay ist oder eben in eine total positive Haltung, weil ich eben sowohl die Person als auch das, was da gesagt wird, total gut finde. Also diese vier verschiedenen Typen sind logischerweise überall vertreten und die Einladung ist, wirklich sich mal zu fragen, nehme ich wirklich alle Positionen auf? Höre ich mir Menschen unabhängig von meinem Sympathielöffel, von meiner inneren sozusagen knopfgedrückten Variante an und respektiere ich diese Haltung? Das kann auch bei einem selber so sein. Man war ja auch mal eine andere Person vielleicht, die ihre Meinung geändert hat, dass man selber Respekt und auch nochmal Wertschätzung dem gegenüber hat, was man vielleicht früher gedacht hat und eben auch das respektiert und auch wiederum diese Transformation der eigenen Meinung und vielleicht auch der eigenen Person, was ja auch passieren kann, auch positiv aufnimmt und entsprechend respektiert und wiederum anders verarbeitet. Weil dann logischerweise nehmen wir wirklich andere Informationen auf, wir bekommen oder legen neue Nervenbahnen an und das beugt dann wirklich Alzheimer vor. Also das heißt, ich kann alle nur einladen, wirklich offen mit Dingen mal umzugehen und wirklich Dinge anders mal zu gestalten und sich darauf einzulassen, andere Dinge und neue Informationen, wirklich neue Informationen aufzunehmen und eben nicht die innere Sperre zu haben, okay, diese Gedanken lasse ich erst gar nicht zu, weil da meine Abwehrmechanismen sofort hochfahren. Also das heißt, wirklich open-minded heißt, mit allen Situationen, ganz egal, ob sie sozusagen in meinen Denkrahmen passen, auch wirklich umzugehen und vor allen Dingen auch frei dafür zu sein, mit solchen Dingen, sowohl mit Meinungen als auch mit Personen, entsprechend umzugehen. Das heißt auch, dass man im Endeffekt auch eine hohe emotionale Intelligenz logischerweise entwickelt, weil man negative Emotionen, die dann aufkommen, anders handelt und rational verarbeiten kann. Wie gesagt, es sind ganz wunderbare neue Denkwege, die eben auch noch dem Altersdenkprozess entgegenwirken. Also, wenn wir nochmal zusammenfassen, unsere Einstellung, unsere innere Haltung, unsere Offenheit im Geist bestimmen, wie wir mit Situationen umgehen und vor allen Dingen auch, welche Situationen wir bekommen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Welt voller Probleme ist, werden wir Probleme bekommen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Welt voller Möglichkeiten ist, werden wir auch diese Möglichkeiten bekommen. Alle entsprechenden Studien zeigen genau das. Und selber können sich jeder mal vielleicht daran erinnern, wenn er verliebt ist, dann wird die Welt wunderbar aussehen. Es gibt nur noch nette Menschen. Und wenn sie gerade eine ganz schlechte Erfahrung gemacht haben oder einfach nur schlecht drauf sind, ist es alles irgendwie nicht so schön. Und die Menschen sind unfreundlich oder gehen einem auf den Geist und so weiter. Also auch das ist der Fall. Und die Frage ist ja, wie offen sind wir eigentlich dafür und wie reflektieren wir es? Also wie gesagt, ich plädiere für den offenen Geist, für die Open-Mind-Technik, um einfach wirklich sich selber immer wieder auf den Prüfstand zu bilden. Machen wir eigentlich so, dass wir unsere Gedanken erweitern, dass wir wirklich neue Informationen in unser neuronales Netz weiter einbeamen und immer wieder das Netz weiter ausbauen und immer wieder neue Dinge hinzufügen, Angelhaken setzen, neue Informationen fischen, um im Bild zu bleiben. All das erweitert einfach unseren Denkhorizont. Und insofern lassen Sie sich auf Meinungen ein, auch wenn Sie von Menschen kommen, die Sie eigentlich irgendwie gar nicht gut finden. und lassen Sie sich gerne auch von positiven Menschen entsprechend Dinge sagen, die vielleicht nicht Ihre Meinung richtig, ja, wie soll man sagen, direkt reflektieren. Und überlegen Sie einmal, wie kann man das da, das Mensch und eben Botschaft voneinander abstrahieren und wirklich einen entsprechenden Offengeist zelebrieren. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß dabei. Open Mind, ja, und Kick Your Brain. Herzliche Grüße und auf ganz bald. Bitte bleiben Sie und Ihr gesund. Vielen Dank. Vielen Dank.